Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück beim Joe, heute mit einem erneuten Biertest. Wir testen heute das Viel Anker Schwarz, eine Bierspezialität aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier steht es auch nochmal drauf mit Viel Anker Wasser, Quellwasser, handgemacht und ungefiltert. Ja, dadurch, dass wir gute Connections nach Mecklenburg-Vorpommern haben, bin ich in den Genuss gekommen, dieses Bier hier austesten zu dürfen. Und hinten steht natürlich auch noch was drauf. Viel Anker steht für norddeutsche Ehrlichkeit, echte Handarbeit. Unser hausgemachtes Bier wird nach einer Rezeptur mit frischem Viel Anker Quellwasser hergestellt. Ohne Zusatzstoffe, ungefiltert und vegan. Also Prost! Das Ganze im 0,5 Liter Gebinde, 5,5% hat das Ganze. Und die Zutaten sind Quellwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Brauhefe. Also hier kein Hopfenextrakt, das ist immer wichtig. Dann, finde ich, stimmt es auch immer schon so ein bisschen von der Qualität. Mehrwegflasche stehend, dunkel und trocken und vor Wärme geschützt lagern. So, jetzt wollen wir das Ganze öffnen. Den Plöpp nehmen wir natürlich mit. Hoffentlich plöppt es auch. Sehr gut. Das hatte einen guten Klang. Und dann werden wir auch mal direkt den ersten Schluck- und Geruchstest machen. Also wie das immer bei diesen dunkleren Bieren ist. Wir haben also eine, ja, malzige, röstige Note, die wir schon am Anfang riechen. Vor allem dieser Malz, der dringt da wirklich ordentlich durch. Jetzt werden wir mal den ersten Schluck probieren. Ja, das gibt auf jeden Fall schon mal sehr viel her. Also wir haben eine gute Kohlensäure-Basis, was ich sehr angenehm finde. Das macht das Ganze auch so, ja, so schön sprudelig. Und dann kommen auch wirklich am Anfang so leicht malzige, also nein, eher stark malzige Noten mit einer leichten Süße drin. Und, ja, sowas, was so ein bisschen an... So was, was so ein bisschen an irgendwas zwischen Kaffee und Schokolade erinnert. Vielleicht in so einem... Es gibt hier so einen schokoladig-kaffigen Geschmack. Und der tendiert vielleicht noch so ein bisschen mehr zum Kaffee hin. Also ganz interessante Geschmacksnoten, ganz interessante Aromen. Um jetzt noch mal die Farbe mitzutesten, habe ich ein Glas mitgebracht, an dem wir jetzt so ein bisschen was reinschütten werden. Um einfach mal zu gucken, ob ich den Rest tatsächlich aus der Flasche habe ich heute irgendwie Lust drauf. Aber um wirklich auch mal die Farbe zu sehen, vielleicht so ein bisschen die Schaumkrone, das sieht man auch direkt. Ja, also sehr, sehr dunkles Bier. Guinness-ähnlich steht es fast so da. Sicherlich deutlich flüssiger und nicht so sämig. Aber sehr interessant. Ja, also ein extrem leckeres, dunkles. Es hat auch... Mal muss es nochmal kurz schmecken. Vielleicht hinten raus würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Aber ansonsten, wie bereits beschrieben, wir haben einen besonders malzigen Anteil. Und dieser malzige Anteil, der ist so, ja, ich glaube so Röstmalz. Ich glaube, das erklärt das richtig gut. So Röstmalzaromen. Ja, die sind vor allem vorrangig zu schmecken. Hinten raus dann diese leichte Süße, die dann noch kommt, die haben wir ja eben auch schon beschrieben. Aber ansonsten lebt dieses Bier wirklich von diesem malzigen Geschmack leichter Kaffee-Geschmack. Ich weiß jetzt nicht, ob noch Früchte drin sind. Das schmecke ich ehrlicherweise noch nicht so sehr. Aber da wird es bestimmt auch noch irgendeinen fruchtigen Geschmack geben. Den ich jetzt auf die Schnelle hier nicht so schmecke. Aber ein ganz, ganz interessantes Bier. Also wenn ihr mal in Mecklenburg-Vorpommern seid, auf jeden Fall auch mit einem hohen Qualitätsstandard oder Qualitätsanspruch an sich selber. Also ein ganz interessantes Bier. Eine ganz interessante Brauerei, glaube ich. Gibt da auch noch deutlich andere. Also die Vielanker-Bauerei hat ganz, ganz viele Sorten anzubieten. Also ich glaube bis zwischen 5 und 7 oder so. Also irgendwas in diesen Sphären. Also die haben wirklich ein ordentliches Portfolio. Da kann man sich auch mal mit durchprobieren. Ich durfte auch schon viele andere davon probieren. Ich weiß gar nicht. Ich glaube einen Test hochgeladen. Davon habe ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube das ist das erste von Vielanker. Da werden allerdings noch weitere folgen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Bier in die Kommentare. Falls ihr es schon mal getrunken habt oder wenn nicht. Ich kann euch wirklich die Empfehlung aussprechen. Probiert das wirklich mal. Denn das lohnt sich. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Und tschüss. Dies Bien Bis zum nächsten Mal. Hieriors